herzlich willkommen zu einer weiteren folge ori and the blind forest kann ich jetzt zum beispiel da komme ich nicht lang in der letzten folge sind wir und nein das hat auch den kattentisch nicht abgespeichert letzte folge war ich würde mal sagen todesintensiv hallo jetzt runter da wollen wir nicht hin der schleudert uns jetzt hoch wir fallen runter du musst verstecken biete deck auf in q und juve augusto hat er nicht gemacht hat er nicht gemacht oh mann er aber manchmal habe ich aber so auswärts jetzt noch mal kurz abchecken was da oben noch mal ist was der typ mann ich habe echt nicht gedacht dass man so oft in dem spiel vielleicht ist es einfach unfähiges spiel hold on boy was gibt es hier jetzt aber energiezelle dazu gewonnen wieder speichern mal ab ein bisschen zu gefährlich wuss es einfach wer ist das Hallo, trefft denn doch. Nein. So, halt gemacht, aber was für einen Sinn ergibt das, warte mal. Ne, wir gehen zurück, wir gehen zurück. Ow, ow. Run by run. God. String halt jetzt rüber, oder? So. Kann ich jetzt dann irgendwann mal upgraden? Wäre auch nice. Wäre nice to have. Ne, ich hab nur ein Leben. Bam. So, jetzt decken wir das auf. Danke. Und speichern. Jetzt müssen wir hier lang. Okay, da geht's auch noch unten. Seh ich da irgendwo noch einen Seelenstand? Ich hab einen Seelenstand, hab ich da drüben gefunden. Find ich. So wie's aussieht, ist dann nur Lebenspunkte da drüben. Oh ne. Große Ding. Ja, da drüben ist auf jeden Fall dies. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Oh Mann. Gibt's doch nicht. Komm ich auch nicht hoch. Ich brauch'n größere. Rung. Da lang. Dann jetzt fähig. Boah. Wascht wieder Matsche. Da werden. Pate. So weird. Ist ja mal sicher. Ich muss leider grad echt sagen, dass ich mich mehr verzweifle als Wulong. Mann ey. Es gibt's doch nicht. Kann doch nicht wahr sein. Ich muss das doch jetzt hinkriegen. Warum ist denn tot? Ich hab nur zwei Leben. Hä? Jetzt bin ich da. hinten dran. Mann, 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 Mann. Ich hab jetzt. Oh, Fähigkeitspunkt. Wo ist denn Ragus und erhöhlt den Schaden der Stichflamme? Geht die Kosten der Stichflamme? Ne. Ich brauch mehr Reichweite. Es gibt jetzt Bossfight, kann das sein? Ja, das ist ein Bossfight. Ja. Geht ja noch. Au! Okay, jetzt wird's interessant. Wenn er noch diese Teile da macht. Yes! Ah, und da ist der zweite Seelenstein. Wenn wir brauchen. Ich mit der Energy. Ich mit der Seelenstein. Und Abfahrt. So. Mal das Spiel gespeichert, weil jetzt haben wir dann zwei Pin. Na komm, nimm das Kartenfragment halt noch mit. Speichert mal hier vorsichtshalber ab, weil wir wissen ja nie, ne? So, wir boosten uns mal da ein bisserl. Äh. So. Und all die springen. Wir wissen mal ja alles schon, waren wir ja schon, ne? Komm. Catched. Catch me if you can. Oh, tot. Deswegen habe ich abgespeichert. Genau aus solchen Gründen. Weil ich einfach meine Umfähigkeit kenne. Oh Mann. Jetzt kommt der Doldi da wieder. Zack. Und weg mit dir. Kleiner Frog. So, weil da ist nämlich. So. Hol dir doch das... Blöde Teil. Gott sei Dank. Look. Kaffee. Und abspeichern. Mega wichtig. Warum kann ich hier so viel kaputt machen? Pss. Ja. Ah ja, klar. Fällt mir nicht. Also bitte Leute. Wie soll ich denn da hochkommen? Brauche ich ja mega Jump. Ich kriege aber eine neue Fähigkeit. Ein Stammbaum Liru lag hier. Der war schnell und beweglich und durchschnitt... Durchschnitt die Luft. Ach, durchschnitt die Luft. Meine Güte. Das war ein Deutsch von mir. Durchschnitt, sondern... Durchschnitt... Schneiden. Ja, Leute. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Du hast den Doppelsprung erlernt. Jawohl. Endlich. So, jetzt... Macht es auch mehr Sinn, da hinzukommen. Wir speicheln mal ab. Was zum Geier... Hallo? Was machst denn du? Warum? Goddammit. Goddammit. Ja, danke. Ja, danke. Jetzt endlich. gibt mir den energie stein ein speicher punkt dahin einmal unten kommen sie mal hoch jetzt energiezelle die fünfte hey aber wo müssen wir jetzt lang ich glaube ich war okay immer marsch mir hier ein speicher punkt hallo jetzt klammert ich halt da fest irgendwie da drüber hoch er ist so lang doch niemals doch aber direkt in den tut mal gerne in die kommen haare wie oft ich durchschnittlich sterb pro folge einfach im durchschnitt mich mal brennend interessieren alles war zu weit weg warten müssen besser nach links schwenkt ja jetzt habe ich noch richtig schön am schwingen was ist los ich fliege runter das kann doch jetzt nicht wahr sein leute es gibt es doch nicht bleib halt da hängen jetzt und ja schon teilweise die finger will ein maRoou ja 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 jaja osp.de das soll es gewesen sein wie dieser folge schaltet gern nächstes mal wieder ein gerninja die video beschreibung aus da ist instagram und twitch verlinkt kommentiert abonniert liked und aktiviert die Glocke. Ich bin raus. Bis dahin. Ciao, ciao.